Wirst du dich irgendwann für den Playboy ausziehen, fragt Thorsten Schwede. Thorsten Schwede fragt, ob ich mich jemals für den Playboy ausziehen würde. Würde ich, ja. Es kam noch keine Anfrage. Würde ich machen, ja. Weshalb kannst du das ausführen? Weil ich bin mir eigentlich 100% sicher, dass man gut aussehen wird im Playboy. Vertraue der ihm komplett, ja, auf jeden Fall. Doch, würde ich machen. Also wenn der Playboy das sieht, dann darf er mich gerne anfragen. Bin ich voll dabei.